Corona-Log vom 25. März 2020. Ich hatte euch gefragt nach Tipps zum Bandbreite sparen und in diesem Video gibt es die Top Ten davon zusammengefasst. Ich habe gefragt, wie kann man Bandbreite sparen, sowohl wenn es beispielsweise im eigenen Haushalt knapp wird, weil mehrere Leute gleichzeitig auf das gleiche Internet zugreifen wollen, oder wenn es gesamtgesellschaftlich knapper wird, weil jetzt alle im Homeoffice sitzen, ganz viel digital passiert, was sonst nicht digital passiert ist. Ich habe das mal sortiert. Ich hatte euch gefragt nach Tipps, wo man ohne nennenswerte Einschränkung Bandbreite im Internet sparen kann. Und da gibt es natürlich sehr individuelle Auslegungen, was eine nennenswerte Einschränkung war und wäre. Ich habe es jetzt mal sortiert von Platz 10 bis Platz 1 relativ subjektiv nach keine große Einschränkung. Das heißt, man kann auch das, was man vorher gemacht hat, eigentlich einigermaßen weitermachen. Und wie viel Impact hat das insgesamt? Damit landet auf Platz 10 Brettspiele statt Online-Gaming. Guter Vorschlag, wird aber für viele eine nennenswerte Einschränkung sein. Dazu gab es auch noch den Vorschlag Retro-Gaming statt Online-Gaming. Platz 9. Nachts downloaden statt tagsüber streamen oder Backups nachts laufen lassen etc. Das heißt, das ist eigentlich eher eine Verschiebung, weil tagsüber es enger ist als nachts. Das, was also dann sozusagen nicht zeitkritisch ist, dann einfach auf nachts zu verschieben. Platz 8. Zwischendurch offline arbeiten. Nextcloud, Dropbox, alles was synchronisiert, zwischendurch mal ausstellen. Das ist, glaube ich, sehr individuell, wer das wie gut machen kann. Platz 7. Musik offline hören. Beispielsweise bei Spotify zu sagen, man lädt sich eine Playlist herunter, stellt dann Spotify in den Offline-Modus und guckt, dass dann Spotify nicht im Hintergrund noch irgendwas macht. Funktioniert ohne viel Aufwand. Auch ohne viel Aufwand und ohnehin vielleicht ein guter Tipp. Man kann bei sowas wie Twitter oder bei Facebook Video so ausstellen, dass es nicht automatisch immer schon vorgeladen wird. Das nennt sich Auto-Play. Das heißt, man guckt einfach in den Einstellungen und guckt, ob man das da deaktivieren kann. Dann kann man immer noch die Videos gucken, die man gucken will. Aber man lädt nicht schon Videos runter, die man gar nicht angucken will. Platz 5. Audio-Chats statt Video-Chats. Ist sicher für viele eine größere Einschränkung. Aber auch da, wenn sie es anbietet, dass man was genauso gut machen kann ohne Bild, kann man es auch ohne Bild machen. Platz 4. Den Datenspar-Modus suchen. Den gibt es in verschiedenen Browsern, zumindest in mobilen Varianten des Browsers, also auf dem Handy. Auch in Betriebssystemen auf dem Handy. Man kann einfach mal sein Betriebssystem oder den Namen seines Browsers eingeben und Datenspar-Modus dazu eingeben. Und findet dann über die Suchmaschine der Wahl sehr schnell Tipps und Empfehlungen, wie das geht. Das kann tatsächlich sehr nennenswert Einsparungen bringen. Ich glaube, auf dem Desktop, wenn ich das richtig weiß, ist das eigentlich nur Operat, was da richtig viel Einsparung bietet. Mobil ist es viel einfacher oder viel verbreiteter. Drittens. Es gab mehrere Einreichungen über verschiedene soziale Medien, die dazu kamen. Sowas wie Radio oder Fernsehen oder Filme muss man ja gar nicht über das Internet gucken. Es gibt ja auch noch sowas wie Fernsehen über, weiß ich nicht, Satellit oder Kabel oder sowas. Da muss man natürlich aufpassen, dass da nicht auch das Internet hinten dran hängt. Aber in vielen Fällen ist es ja so, dass das noch über die Luft gefunkt wird oder ähnliches. Viele von euch haben vielleicht auch noch DVDs. Auch da ist natürlich die Frage, was ist eine nennenswerte Einschränkung. Aber beispielsweise Tagesschau gucken geht in den meisten Haushalten auch noch über Kanäle jenseits des Internets. 2. Musik nicht als Video hören. Das ist etwas, was ja tatsächlich sehr verbreitet ist. Musik über YouTube hören. Es geht dann, muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen, nicht um ein bisschen Einsparmöglichkeit. Also wenn ich ein Video über YouTube gucke und eigentlich nur die Musik höre und das Video wird aber geladen, dann geht es um sowas wie, weiß ich nicht, ich schätze mal 20 Mal mehr Traffic, was das verursacht. Gegenüber, wenn ich tatsächlich nur die Musik höre, was ich auch über andere Kanäle machen kann. Und Platz 1. Meine Einschätzung, was am meisten Impact insgesamt bringt tatsächlich und für die meisten Leute auch wirklich keine nennenswerte Einschränkung ist. Bei allem, was man so als Video streamt, ob das YouTube ist oder Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer ihr guckt, man kann die Standardauflösung runtersetzen. Und von der größten zur zweitgrößten Einstellung würde ich mal behaupten, die allermeisten von uns jedenfalls, ich merke das gar nicht, was der Unterschied ist. Und ich habe bei mir beispielsweise bei YouTube die Standardauflösung, ich glaube auf 360 runtergesetzt etc. Das reicht irgendwie für mich auch in 95% der Fälle vollkommen aus, beziehungsweise ich gucke gar nicht genauer hin und merke es dann erst irgendwie zwischendurch mal. Und da tatsächlich man so viel Traffic über Video hat und über Streaming-Dienste hat, ist das, glaube ich, der größte Impact, den man haben kann, gesamtgesellschaftlich, wenn es darum geht, das Internet, die Bandbreite etwas zu entlasten. Also Video und Streaming sind, glaube ich, überhaupt die großen Killer, die ganz viel bringen. Nicht umsonst diskutiert man ja in der Schweiz schon darüber, ob man Netflix und Co. tatsächlich abschalten müsste oder ob Netflix freiwillig die Bitrate runtersetzt oder sowas. Das ist sicher auch was, was hilft als Argumentationshilfe, wenn das jetzt nicht nur euch, die irgendwie Videos im Internet gucken mit so seltsamen Leuten, die vor der Kamera sprechen, sondern auch, dass du, keine Ahnung, euren Eltern oder Kindern erzählen wollt oder sowas. Aus meiner Erfahrung nach hilft die Argumentation relativ gut, dass man sagt irgendwie, naja, wenn du jetzt bei der Bandbreite etwas sparst und Netflix in der nicht besten Auflösung guckst, dann kann das vielleicht dazu helfen, dass du morgen überhaupt noch Netflix gucken kannst. Soweit. Vielen, vielen Dank an alle, die Tipps geschickt haben. Daniel Seitz habe ich mir aufgeschrieben. Was auffällt, es hat einen erstaunlich hohen Männeranteil. Auch Männer dürfen jetzt das Video noch kommentieren, aber für Frauen würde ich mir es doppelt wünschen. Korrigiert alles, was ich falsch oder zu vereinfacht dargestellt habe, ergänzt, was fehlt und vielleicht, was ihr auch selbst machen könnt. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.